Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte heute ein Monogurt vorstellen. Das Monogurt mit Tambora Stimmung in B und Fies. Die ist der Hauptturm und der Fies ist der Glied. Der Monogurt ist 90 x 40 cm, der wiegt einiges, ich schätze mal so 4 bis 5 kg. Sehr stabil gebaut. Die untere Seite, das ist so ein kleiner Bauch, der ist nicht flach, sondern ein bisschen gewölbt. Es ist dafür, dass die Klangweelen oder Schalweelen von der obere Klangdecke, von der Seiten über der obere Klangdecke untergehen, in verschiedenen Richten zurück abstrahlen. Und dadurch vermischt es alles und dann ist viel harmonischer, viel flühliger klingt. Also wie ich schon gesagt habe, das ist B und eine Fies. Das sind vier Saiten bzw. fünf Saiten von einer Seite, das sind Bass-Saiten, in B und von anderer Seite ist es Fies, auch fünf Saiten. Jetzt will ich so spielen. Also im Hintergrund ist ein Rohrenxylophon von mir. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020